Man kann doch nicht mal hier gescheit irgendwie mal ein Konzert anzugucken, ohne dass die dich angreifen. Oho! Oho! Die Viecher sind wie die Seuche. Ich werde ihn gerade verschleppen, ich häng' gerade an so einer Zunge dran. Gefesselt, ein Verbündeter muss ihnen helfen, wollten wir gerade anzeigen. Wer soll das darstellen, die bösen Onkels, die Beatles? Hier oben ist ein Verbandskasten, wo Verbände drin sind. Ah, okay. Ja, ich schmeiß hier krampeln ein, zwei Model Toffs vor. Da ich noch nicht die Hoffnung aufgegeben habe. Als wenn es irgendwo brennt, ist es meine Schuld. Träckshooligans hier. Ja, jetzt darf ich auch noch schön ins Feuer rein. Jawohl, ja. Entschuldigung. Ach, bei euch ist wieder ein Christopher. Ich sehe es nämlich gerade. Ah, du rockst. Okay. Wir sind die Midnight Riders. Midnight Riders. So, haben wir auch total abgerockt, Team. Da oben kommt so eine Sabath-Hossi an. Siehst du sie? Sie kommt jetzt auch bis drauf zu. Gut, hast du. Ja. Was schon oben in diesem Pult? Ja, fein. Oh, 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 ah. Aaaaaaahhhhhh das will ich mal unsere Kollegen hier heilen nicht dass der gleich die Grätsche macht da kommt ein Buhmer Buhmer, 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 Buhmer das war ein dicken Fischer, stimmt, stimmt also ich war definitiv mal für so eine Zombie-Apokalypse hier irgendwie in Hessen da hinten kommt ein Charger, oder? ok der natürlich auf mich drauf geht ja, ich bin bei dir, da oben ist er, da oben ist er da ein Christopher, ein Christopher, ein Christopher er kommt gerade runtergeklettert so, er ist tot ah, schön ah, schön da ist ein Helikopter da ist ein Helikopter ja ja die müssen jetzt in den Helikopter rein springen die auch rein springen die auch rein springen